Hallo und willkommen in einer neuen Runde von Stadt-Land-Fluss-Mitarbeiter Georg. Hallo. Und der Damm über Skype, Gott sei Dank sieht man den nicht, weil der hat gerade Nase geboit. Nein, schön. Okay, dann haue ich einmal den Roboter dazu und dann geht es eh schon los. Okay. Pokémon. Schnappler. Rote fiktiver Charakter. Weil mir wird keiner ein. Könnte ich auch noch von Medien kennen. Ort eine Leiche zu verstecken. Ein Pokémon Schnabelabski. Hm. Etwas aus Veto-Tal. Warte mal, ich muss ja noch kurz los. Entweder hat er schon wieder meine Monitore verzeiht. Hm. Diktive Charakter. Warte mal. Warte mal. Ja. Flöße. Ich empfors keine Flöße. Jetzt hast du erst einen Fuß dazu sagen. Ja. 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 Da gehe ich auch gut zu sagen. Ach so? Irrisch. Eine Frau würde ich... Hm. Keine Ahnung. Stadt mit K. Ah. Land mit K. Ah. Einen Fluss mit K. 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 Fluss. 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 Kennt wir einen Fluss? Hm. Wäre ich eine Frau? Würde ich. Brauche ich noch. Und dann die Mekadons auch noch. Und die Mekadons. Hm. Ich. Mekadons. Ja, vielsehrig. So, also, irgendwo einer Fluss. Kenne ich sowieso keinen. Ach, so... Ich mit dieser Charakter. Jemand? Z.B. welche Hähnensspöde erfunden wurden. Weißt du. Für Spiele oder in so Serien. Wie zum Teil. Wie z.B. der Punisher. oder solche Sachen. Oder Don Is Dark. Na dann dort Handy schreiben, gut. Ja, das hört sich gut. Mir fällt gar kein Ton ein, auch nicht mehr. Ja, Nutz. Mit K. Na gut, ich war fertig. Georg? Ja, schreibe ichs. Ok, dann das Handy weg. Ja, okay, da ist Nutz. Also, ich drücke einmal auf aufhören. Jetzt schau ich die Lösungen ab. Hm. Pokémon. Kangama. Kingler. Kingler. Der Roboter hat nichts da, gut. Obst und Gemüse. Karotte, Karotte, Karotte. Kürbis. Fiktifi-Charakter. Kangaroo-Check. Nikapokabande. Ort, eine Leiche zu verstecken. Kloster. Keller. Kühlhaus. Kühlschrank. Hä. Na, Leute. Etwas, was weh tut. Toll. Kartoffel tiefgefroren auf Kopf bekommen. Katus. Kaktus, Süßhausen. Kieferbruch. Kaktus. Ich bin Single, weil keiner mich mag. Wuckwuck. Kacke? Küssen ich nicht mag. Keiner mich lieb hat. Anime, Kartons, Kalo. Land, Kroatien, Kanada. Kanada, seit wann ist Kärnten ein Land? Ja, Bundesland. Das zählt das Land? Ja. Okay. Start. Klagenfurt, Köln, Klagenfurt, Karlsruhe. Fluss, Krems, Krems, Krems. Nein. Okay. Wäre ich eine Frau, würde ich Klobutzerin werden. Kreislaufen. Knauchenbrechen. Kleiner Traum. Daum lutscht. Karotten. Knipse. Karotte. Kekse. Was ist ein Knipse? Knipse. Also Knipse. Also Knipse. Also ich bestätige. Hektrobar. 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 Obst und Gemüse. Gibt's ein Pokémon mit Haar? He? Haub sie. He, ich hab eins. He. 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 Statt mit Haar. Okay. Herunter bin ich im Arsch. He. 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 Weiß ich nicht. He. 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 Pokémon. Hy. He. Ich wollte nur wenigstens ein Sack Gemüse meinen, oder ein Obst, oder so. Fick diese Charakter. Helene Fischer, aber der ist ja nicht fiktiv. Der ist eh fiktiv. Obst und Gemüse? Ich weiß ja nicht. Gibt's noch Schnaps dazu? Äh. 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 Ungarn. Hungaria. Äh. Land und Stadt mit Haaren. Äh. 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 Da muss ich auf die denken, Mike. Ja, ich weiß, Gleiches denken. Äh. 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 Pokémon. Hundemohn. Huthut. Hunduster. Hm? Was will das nennen? Hunduster heißt das eigentlich eigentlich, das Pokémon. Hundemohn. Hundus. Äh. Was weiß ich jetzt. Ist ja wurscht. Obst und Gemüse. Haselnuss. Heidelbeeren. Ja. Fiktiver Charakter. Hulk. Heidi. Harry Potter. Worte eine Leiche zu verstecken. Hundehütte. Hüpfburg. Hundehütte. Hinterzimmer. Was ist Hinterzimmer? Ja. Äh. Etwas was weh tut. Hundebiss. Hammer. Hammer. Herzinfarkt. Ich bin Single, weil Hunde immer meine Freundinnen aufessen. Hüpfel. Das können wir aber nicht sagen. Nur, dass das bück gehört. Hm? Da muss das sein. Handtuch ich nicht aufgehängt habe. Ja, gut. Hunde keine Menschen sind. Achso, der steht auf Hunde. Na, Peter. Anime Kartons. Happy Tree Friends. Nein, Herkules. Land, Honolulu, Honduras. Stadt, Hamburg, Heiligenkreuz, Hannover. Nein. Plus Haarfell. Kenne ich nicht. Wäre ich eine Frau, würde ich... Heimlich masturbieren. Haare rupfen, heiraten, heulen. Daum lutscht, Hosen, Nasen, Nasen, Nosehände. Nasen? Haasen, auch wirklich schön. Achso, Haare. Ah, ja. Okay. Passt, ich bestätige. Und dort ist bitte einmal was geschehen. Ja, ich bin was im Mund. Weil er hat CE. Ja, CE nämlich. Und du hast gar nicht... Achso, jetzt kann ich den Namen nicht dazu schreiben, weil ich bei CE. Ah. Hm. Äh... Weißene Ende. Oh, gut. Hm. Flurus, keine Ahnung. Keine Ahnung. Pokémon mit C. Das gibt sicher. Ob so ein Gemüse mit C. Ah, Stopp. Stopp mit C. Gibt es überhaupt was? Ja, da hat von jemandem. Na, na, jetzt bin ich rausgekaut, wo er... Achso, ich kann noch mal zurückknallen. Ja, weil es halt dann Ergebnis ja nicht mehr angezeigt. Deswegen habe ich gemeint, du hast dein Handy weg, du hast nicht auf Facebook schreiben. Ich sage, Handy spielen, das bringt Sinn. Ja, aber da muss ich nämlich sofort aufgedrucken. Ah, jetzt hast du den Georg auch rausgekaut. Ja, muss dann noch auf dem Lenkdrucken. Ja, ich bin hier. Los mit C. Ja, ich bin hier. Ja, die scheine Frau war wieder ich. Hm. Den Daumen losst doch etwas Lustiges. Hm. Ich sag dann gleich, bei dem Naumann ist kein Bestimmter da mitgemacht. Das ist einfach nur der Naumann, der da steht. Stopp mit C. Ja, wir holt nichts mehr rein, wie schaut's noch aus bei euch? Ja, wir holt da gar nichts rein für C. Hm. Kann man da was in die Scheine schreiben, weil mir was einfällt? Boah, mein was? Kann man da was in Englisch in den Haar hinschreiben? Normalerweise schon, oder? Ja, ich hab da noch eine Flasche raus zu kriegen. Weil ich hab so einen Durst heute. Ja, ich hab da noch eine Flasche raus. Okay. Ich hab da fast nichts gefunden. Oh, deine Leiche verstehbar. Ja, ich hab da noch zweifunctional drauf. Obst. 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 Ich glaube, ich sollte noch beim Deutschen bleiben, oder? Herr Karrot hinschreiben. Ja, passt, ich bin's. Georg? Ja. Okay, Herr! Warte! Ja, jetzt habe ich meinen Start da mit. Okay, Pokemon! Celebi! Janera! Corazon! Deine Pintoffen drin, dann links. Ja, jetzt ist die Pintoffenarbeit da. Obst und Gemüse, Chili, Clementinen. Fiktive Charakter. Conan, Caesar, Catwoman. Ort, eine Leiche zu verstecken. China, Citroen. Zentralafrika. Lautsautos! Nicht was, was wild tut. Chinesische Militär. Mit dem mal ausschießen. Na, Prost. Container am Kopf fällt. Na, das tut doch nicht weh. Chlor in den Augen. Na, Prost. Ich bin Single, weil Chinesinnen nicht auf mich stehen. Wer ob er drei bewundert hat. Na gut. Krautsgeiler sind. Keine Möbel. Anime-Kartons. Cat Talk. Kalinerd. Ja, Kino. China, China. Costa Rica. Costa Rica. start. Kux Havn. Kux Havn. Das ist in Deutschland. Da sind wir einmal Fe meals. Das ist was, was drin ist ja wurscht. Los, Champ! Wäre ich eine Frau, würde ich chinesisch essen gehen. Claudia heißen. Couscous kaufen. Chillen. Dom lutscht. Claudias Busen. Clementinen. Die Clitoris. So, ich bestätige. Dom. Nein, das ist ein schöner Augenblick. Ein schönes Look in den außen. Ich sehe diesen Charakter. Das ist ein richtig Schimmel. Ja, das wird ein richtig Schimmel. Ja, das wird ein richtig Schimmel. Also Gemüse. Fick tiefer Charakter mit E. Stutt, Fick tiefer Urteil der Leiche zu verstecken als Sauvianer. Nein. Etwas was weh tut. Hm. 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 So fällt mir doch nichts anderes ein. Na ja egal. Anime Kartons. Hm. Ich bin fertig. Kartons fällt mir noch nie ein. Mit E. Fluss und Kartons brauche ich noch. Fluss wird mir hier auch noch einfallen. Ich glaube das ist auch einer. Das ist ja mal so. Kann ich mir Kartons brauche ich noch? Ja. Na ja. Noch ganz kurz überlege ich noch. Ähm. Ja. 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 Okay. Passt. Dann drücke ich mal auf auf. Ja. Pokemon. Elektrik. Anton. Evoli. FM. Was? Ja. Das gibt's. Das ist auch Vogelfich. Obst und Gemüse. Erdbeere. Essiggurke. Erdbeere. Erdkartoffel. Fiktive Charakter. Eirange. Ant-Man. Einstein. Einstein war fiktiv? Der Einstein war auch nicht fiktiv. Ja. Ist aber ein Charakter. Ja. Aber da geht's um Erfunterne. Tut's ein Einstein weg. Ich muss nicht. Oh, links auf das Hakel. Ort, eine Weiche zu verstecken. Eingang vom Altersheim. Ehewehr. Ein Familienhaus. Eisschrank. 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 Etwas, was weh tut. Elektroschlag. Eisenstange. Eis im gefrorenen Zustand am Kopfhauen. Ehewehr. Ein Familienhaus. Eisschrank. Eisschrank. Oder ein Engelwerle. Einsam hat man seine Ruhe. Eisenstange Freundin er schlug. Eisschrank. 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 Stott, Eisenstadt, Essen, Eisenerz, Erlangen, Fluss, Enz, 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 Emme. Wäre ich eine Frau, würde ich einkaufen gehen, Eiskunstlauferin. Einkaufen gehen, Essen gehen, Domlud Stentenkacke. Eier, Erdbeere, Erdbeeren. Und... ... ... ... ... ... Hh-h-h-h Äh, 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 äh. Hehehe. Verdammt, das ist ein Wald. Ja. Land mit M. Warte, deine Eiche zu verstecken. Ja, bis auf Fluss habe ich alles. Wie schaut es bei euch aus? Bist du ein Einfallsteiger? Ein Fluss? Ja. Ah, du wirst ja die sogar nicht. Ich weiß auch. Hey Michael, lass mich nicht vergessen. Ich habe noch eine Frage, ob das ein Fluss war. Ja, wir gehen sie durch. Ich habe noch eine Frage an die Zuschauer. Ich weiß einer, wie man mit den Nintendo 3DS Spielen aufnimmt. Hm. Wir gehen aber auch ein bisschen an anderen Sachen. Ach, let's play. Hey. Hey, lass mich dran, dass ich am nächsten Mal ein bisschen Musik rein mache. Ja. Ja. Irgendwie war es. Ja. 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 Wie weit seid's? Ja. Ich brauche noch mehr... Das ist ein fiktiver Charakter. Ja. Einer, der zum Beispiel in ein Spöl voll kommt oder... Ja. Ja. Das möchte ich auch. Ähm. Aber mit dem... Gibt's da was? Ich habe einen, ja. 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 Was haben wir da für Währung heute? Music Maker Premium Edition. Was? Cartoon-Ideen? Hm. Ich hab einen, aber der ist sehr kurz gelaufen, wie er das war damals. War auch nicht mehr, glaub ich. Jetzt wird eine lange Folge. Ja, passt, ich hab's. Okay, Georg? Okay, passt. Pokémon, Mirabla, Magma, Mew, Mashaog. Wird nicht Mew mit M geschrieben. Mew, mit M, ja. Nein, mit N. Nein, mit M. Mew, nicht New, New ist neu. Raus und Gemüse, Mais, Melonen, Meerrettich, Mandarine. Fiktive Charakter, Mr. Bean, Mickey Mouse. Wort, eine Leiche zu verstecken. Masta, meiner Kuh. Mew. Müllwagen, Müllwagen, Mine. Etwas, was weh tut. Messerstich, Mauerlaufen. Monotop Cocktail, Machete. Ich bin Single, weil man es sich alleine auch besorgen kann. Mitbewohner seine Freundin erstochen hat. Männer doch sind. Ist der schwul, Alter. Ich glaub. Doch, das ist jetzt ja bloß wendig an der Namen, also keine Ahnung. Anime, Cartoons, Megaman, Mickey Mouse, Mickey Mouse. Mirai, Mickey, weiß ich nicht. Ich glaub nicht. Land, Mexiko, Malta, Marokko, Marokko. Stadt, Marburg, Miami, Mürz, Zuschlag. Ist nicht ein Wort. Magdeburg. Magdeburg. Keine Ahnung. Daum, Mürz, Zuschlag. Ja, ist ein Wort. Na, da zählt's leider nicht. Fluss, Mur, Mürz, Mürz, Mosel. Ich kenn leider so wenige Flüsse. Wäre ich eine Frau, würde ich Mutter werden. Meckern. Mich jeden Tag schminken, Männer verführen. Daumen lutscht. Möpse, Mauskacke, Maiskolben, Muschies. Wie kann man Muschies lutschen? Warte, ich tue da die Schamlippe und weine. Hey, Mike. Hm? Ist Milbe, nicht auch Fluss? Ich hab keine Ahnung, ich kenn mir nicht aus mit Flüsse. Und ich hab noch ein Pokémon, was man kann eigentlich mal machen. Musch aus. Musch aus, ja. Ja. Schon aus. Der Roboter hat wohnen, danach komm ich. Schon aus, wir nehmen ja schon 35 Minuten aus. Okay, also... Der Roboter dafür, dann komm ich und dann kommt... ...DON! Gut, ich würde mal sagen, das war's mit dieser Folge Bis zum nächsten Mal hier auf meinem Kanal Tschüss, Baba Tschüss